Kommt in Deutschland die D-Mark wieder? Hey Flo, wie geht es 2023 eigentlich mit der Inflation weiter? Dazu gibt es unterschiedliche Szenarien. Eine Möglichkeit wäre, dass die EZB weiter die Zinsen erhöht. Und das würde dann wahrscheinlich zu vielen Staatsschuldenkrisen in der Eurozone führen. Eine mit Inflation von 20% und mehr würden auch deine Ersparnisse komplett auffressen. Und das könnte sogar dazu führen, dass der Euro scheitert. Und was würde dann passieren? Ah, diese ganzen Turbulenzen würden wahrscheinlich in einer Währungsreform enden. Wusstest du, dass Deutschland in den letzten 100 Jahren über 7 verschiedene Währungen hatte? Deutschland könnte zum Beispiel die Mark wieder einführen. Oha, und wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Aktuell noch sehr unwahrscheinlich. Wenn die EZB vernünftig handelt, sollte das alles nicht passieren. Die weiteren realistischen Szenarien besprechen wir in den nächsten Videos.